Macluck trifft diesmal mit Money Boy. Macluck trifft am heutigen Tag zweideutig. Ich freue mich da gleich auf die Bühne zu gehen und die Bühne abzureißen. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo sogar Macluck ein bisschen überfordert ist. Respekt vor diesem Artist. Du hast auf jeden Fall Swag, no homo. Der Name der Band ist unheilig, du bist aber eigentlich ganz nett oder? Vielleicht können wir ja mal ein Duett oder so machen. Also kannst du denn singen? Wir waren geboren um zu leben. Ich war weniger Gefühl bei dir in dem Gesicht. Oh was? Heute war mein erstes Mal mit Macluck und ich fand's cool. Schaut rein, liebe Grüße. Tschüss.